Hallo zusammen, mich hier ist wieder Ocela und heute bin ich wieder für euch in Battle for S-Shot unterwegs und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Chief-In-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um einen Erfolg, den wir hier einmal unter Erkunden und dann Battle for S-Shot finden und zwar heißt er Schrottis bester Freund und für diesen müssen wir Schrotti einmal wiederbeleben und dann einmal füttern. Und wie wir das machen, will ich euch jetzt mal zeigen. Wir müssen als allererstes hier zu Pascal und ein Leckerli herstellen. Leckerli und zwar Mechanoleckerli und das können wir herstellen für 100 von den Ersatzteilen. Das machen wir jetzt mal an der Stelle und wenn wir das haben, müssen wir uns dann einmal aufmachen und quasi Schrotti suchen und hier hinten liegt er schon. Der liegt hier immer ein bisschen im Lager rum, anscheinend auf verschiedenen Stellen, aber den findet man relativ zügig. Wir drücken den jetzt einmal an hier und dann müssen wir eine Energiezelle quasi opfern, dass wir ihn wiederbeleben können. Und sobald wir das gemacht haben, hat er jetzt begrenzte Energie für eine Viertelstunde und man kann ihn jetzt an der Stelle füttern. Und dann nehmen wir jetzt unser Mechanoleckerli, das hier, werfen es drauf und tadaa, da ploppt einmal das Achievement auf und das war es schon, sprich eins der leicht verdientesten Erfolge hier in Mechagon. Die anderen sind dann doch ein bisschen aufwendiger, wo man hier unter anderem einen Haufen NPCs finden muss oder diese Pläne, um dann auch aufs Mount zu kommen, beziehungsweise ich glaube, das Mechanoleckerli stimmt, das braucht man gar nicht für das Mount, aber es bringt 10 Achievement-Punkte, von dem her kann man es ganz schnell mitnehmen. Ihr seht, jetzt liegt der Hund hier rum, also man hat hier verschiedene Spots, wo man ihn finden kann. Einfach ein bisschen im Lager rumsoomen, man kann sich da auch ein Target-Mark rummachen mit Tarschrotti, dann findet man ihn relativ zügig. Gut, das war das kleine Video, ich hoffe dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao!